Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauß Wanderlust. Heute gehen wir den Drei-Dörfer-Weg. Er soll etwa 13 Kilometer lang sein und wenn ihr wissen wollt, wie die Tour so ist, dann bleibt dran. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Der Weg hat uns relativ gut gefallen, vor allem wegen den weiten Ausblicken weit ins Land. Richtig schön. So soll es sein. Der Weg wird leider nicht mehr betreut und daher gab es auch keine Beschilderung. Wer diesen Weg aber gehen will, kann mir gerne Bescheid sagen. Ich gebe gerne die GBX-Datei weiter. In diesem Sinne bedanken wir uns wieder, dass ihr reingeschaut habt. Über Kommentare, so wie über einen Daumen hoch, würden wir uns sehr freuen. Also bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bevor ich es vergesse, wünschen wir euch in drei Tagen einen guten Rutsch ins Jahr 2020. Bis dann, bis dann, bis dann, bis dann, bis dann. Bis dann, bis dann, bis dann. Bis dann, 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 bis dann hinein, dass sie sehr schlecht ausgeschildert ist, denn der Weg wird auch nicht mehr gepflegt. Bevor ich es jetzt vergesse und der Film ist leer, ach leer. Bis zum nächsten Mal.